Freu dich auf die Lautmesse, größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Lass dich einfach inspirieren, entdecke deinen nächsten Traumurlaub und alles natürlich was dazugehört. Das Messeupdate von der CMT gibt es wann? Nach dem Intro. Die Highlights der Messe, die wird euch jetzt kompakt mal Stefan erzählen. Erstes Highlight natürlich, die Messe findet überhaupt wieder statt. Seit 2021 und 2022 war sie ja nicht im Gange, also keine Besucher. Jetzt dürfen natürlich Besucher wieder kommen. Highlight Nummer zwei, die großen Zulieferer und die großen Caravan Hersteller oder Aussteller sind natürlich wieder dabei. Also da gibt es eine ganze Menge wieder zu sehen. Und Highlight Nummer drei ist natürlich die Blogger und Vlogger sind wieder dabei, wie zum Beispiel Kai von Travel Camping Living oder Ursi und Helle, Iris und Uwe, Avanti und Tour, Camper Clutch und 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 und. Ja und natürlich auch wir sind am ersten Wochenende dabei. Ist vielleicht jetzt nicht das große Highlight, aber auf jeden Fall sind wir auch dabei. Und das ist unser persönliches Highlight. Seit zwei Jahren versuchen wir zu CMT zu kommen. Dies Jahr, also 2023 klappt es endlich. Da freuen wir uns tierisch drauf und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wie gesagt, das erste Wochenende sind wir ja da. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Highlights. Was erwartet euch einfach auf der Messe? Zum Beispiel Hyma auf dem Stand in C32, D32 in Halle 1. Da werdet ihr nämlich den Adventure S, den exklusiv ausgestatteten Offroader, für zwei Personen. Sonst weitere Highlights, die Hyma da präsentieren wird, sind die Camper Vans auf Fiat Basis. Die erstrahlen nämlich ihren neuen Look. Die sportliche Sonderedition von Hyma Free S Blue Evolution. Ich muss einfach mal ablesen, weil den Namen kann man sich einfach nicht merken. Den gibt es nämlich erstmal auf Mercedes-Benz Sprinter Basis und Iriba bringt die neue Touring-Generation auf den Markt. Auf den Stand 3A52. Da gibt es eine absolute Weltpremiere aus dem Hause Pilote. Beim Car-Warn-Salon in Düsseldorf, da konnte man nur Bilder begutachten. Denn jetzt ist es soweit. In Stuttgart kann man den Atlas A603G auf Basis des Ford Trail sehen. Pilote versprechen mit dem Atlas A603G, einen Camper auf die Straße zu bringen, der der Traum von unabhängigen Reisen sowie Abenteuern mit einem modernen Innen- und Außendesign verbindet. Ob das so ist, das werden wir dann vor Ort einfach mal sehen. Bleiben wir in der Familie der Pilote, gehen wir jetzt zu Yukon. Denn da wird es einen Yukon auf Basis von Renault Traffic geben. Den könnt ihr auf dem Stand 3A71, denn da zeigt die Yukon-Familie, dass sie immer weiter wächst. Denn ab sofort gibt es die Mikro-Liner, wie gesagt, auf Basis der Renault Traffic-Line. Neben Grundgerissen auf Mercedes-Benz und Fiat Ducato präsentiert Yukon viele Highlight-Modelle auf der CMT in Stuttgart. Die Marke Sog ist bei vielen Campern bereits bekannt. Bei der CMT auf ihren Stand 7D15 präsentiert Sog TT. Damit erweitert Sog natürlich ihr Angebot, um auch den Nutzern von Trockentrenntoiletten gerecht zu werden und unliebsame, pikante Großdetails loszuwerden. Das schauen wir uns an. Brauchen wir selber nicht, aber anschauen tun wir uns das auf jeden Fall mal. Und wenn ihr mehr Informationen zu Trockentrenntoiletten haben wollt, der Kanal von Iris und Uwe, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Neben der Karanwar-Messe findet am ersten Wochenende die Fahrrad- und Wanderreisen statt. Das heißt, wenn ihr Fahrradfahrer seid und gerne wandert, dann könnt ihr das euch nebenbei anschauen, neben den ganzen Vans, die natürlich vorgestellt werden. Am zweiten Wochenende, da gibt es die Golf- und Wellnessreisen, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen, sowie die Drachen- und Gleitschirmmesse Tamek. Also für jeden ist da etwas mit dabei. Ja, und ab dem 14. Januar öffnet sich natürlich die Pforten und der Urlaub wartet halt auf dich. Soweit das Messe-Update. In 14 Tagen geht es also los. Am 14. Januar, hat Stefan euch gerade gesagt, geht es auf jeden Fall los. Wir sind mit dabei am ersten Wochenende. Ihr werdet viel sehen. Das waren nur ganz, ganz minimale Highlights, die euch erwarten. Wenn ihr mehr erleben wollt, kommt einfach zur CMT. Das heißt es am Schluss, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.